Dieser Ford C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist fünf-türig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.